In der Liste zum Eingrenzen der Arzneimittel wird entsprechend Ihrer Tastatureingaben gefiltert. Die angezeigten Medikamente werden grundsätzlich in alphabetischer Reihenfolge sortiert. Die Suchfunktion ist jedoch mit einer zusätzlichen Intelligenz ausgestattet, sodass häufig verschriebene Medikamente vorrangig angezeigt werden. Danach, nach den zehn am häufigsten zu diesem Suchbegriff ausgewählten und verschriebenen Medikamenten, erfolgt die Darstellung sämtlicher anderer Medikamente in alphabetischer Reihenfolge.